Hey Freunde und ein herzliches Willkommen zu einem Kurz-Info-Video. Ich habe euch ja erzählt, Umzug, Wohnungen, so weiter, sofort, ihr wisst es. Jetzt habe ich das Ergebnis, es war ja wochenlang, ja, Mai, April, März, ne? Und jetzt ist es fest, 16.05., also 16.05. geht es für mich auf in meine Wohnung. Das heißt, nur damit ihr schon mal grob Bescheid wisst, Infos werden noch kommen. Wie, wo und sonstiges werdet ihr in einem Info bekommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder, bis dahin. Ihr wisst es, haut reinkauft ein, wie immer.